Hallihallo und herzlich willkommen zurück, meine kleinen Fledermäuse, zu einem neuen Zeitplan-Video. Es hat sich jetzt was geändert auf meinem Kanal, es ist ein bisschen anders. Deswegen dachte ich, ich mache ein neues Video. Und zwar kommen jetzt anstatt vier Let's Plays, zwei Let's Plays. Es kommt um 16 Uhr Kostüm Quest 2 und um 16.30 Uhr kommt Mario Kart Wii. Also jeden Tag um 16 Uhr kommt Kostüm Quest 2 und um 16.30 Uhr kommt Mario Kart Wii. Wenn ihr wollt, kann auch mal gern die Abby da einspringen. Schreibt es einfach in die Kommentare. Das sind die zwei Let's Plays, die jetzt jeden Dienstag bis Donnerstag kommen. Und ja, das war jetzt ein kurzes Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben. Natürlich werden wir, sobald eines dieser Let's Plays ausgerannt ist, eines der anderen Let's Plays weitermachen. Zum Beispiel, das My Sims Kingdom kommt danach. Und ja, das war es, wie gesagt, jetzt hier. Das ist der neue Zeitplan, der ist ganz einfach. Wir haben zwei Let's Plays, jeden Tag kommt eines davon. Und ich hoffe, euch gefällt das. Wenn ihr wollt, dass die Abby mal einspringt manchmal, dann schreibt es einfach unter die Mario Kart Let's Plays. Und auf meinem Patreon-Account könnt ihr übrigens eine Woche früh die Unboxings sehen. Es kommen ja zwei Unboxings im Monat. Und wenn ihr in meinem Discord-Kanal beitretet, könnt ihr mit anderen Flete-Mäusen und natürlich auch mit mir reden. Und ja, das war es eigentlich jetzt komplett. Bis dahin, eure Käsekuchen. Tschüss! Tschüss!